58 Mitarbeiter hat die Elektroanlagen- und Verteilerbau GmbH in Hakenbuch-Moosdorf. Die EAV bietet eine solide und fundierte Lehrlingsausbildung an. Die ist bei uns aufteilt in den betriebseigenen Verteilerbau und die betriebseigene Elektrowerkstatt und auf der anderen Seite die Großbaustellen im Großraum Salzburg und Großraum Braunau. Vor allem auf eine individuelle und vielfältige Ausbildung wird großer Wert gelegt. Bei uns ist sicher der Vorteil, dass wir ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen haben. Das heißt, bei uns im Unternehmen kennt jeder jeden, bei uns im Unternehmen schätzt jeder jeden, was man vielleicht bei den Großfirmen und Konzernen im Umkreis nicht so hat wie bei uns. Nach der Lehre unterstützt EAV auch bei der Meisterausbildung. Aufstiegschancen bis zum Projektleiter und mehr sind hier keine Seltenheit. Der Wunsch an einen Lehrling in SPÖ ist bei uns, er muss handwerklich begabt sein, er muss motiviert sein und er braucht einen Hausverstand.